moin moin und herzlich willkommen zurück zu real solar system so und wir sind unterwegs zum mond ja dafür habe ich mir die basic avionics geholt und jetzt geht es dran ein paar teile einzukaufen nämlich die probes für die pioneer 0 1 und 2 serie und jetzt fragen sich sicherlich einige von euch pioneer 0 1 und 2 was zur hölle sind pioneer 0 1 und 2 davon hat man meistens noch nicht so viel gehört genau das liegt nämlich daran dass alle drei missionen nicht so besonders erfolgreich waren aber pioneer 0 1 und 2 waren die missionen die darauf ausgelegt waren das erste mal ein vorbeiflug am mond zu schaffen und dafür wurde als rakete eine sogenannte tor able benutzt das war eine kombination aus der tor mittelstrecken rakete und der able oberstufe die aus dem vengard projekt stammte und die pioneer 0 1 und 2 probe bodies waren im prinzip so kleine wie ihr sehen könnt plastikkästen oder plastik disks die mit ps pc treibstoff gefüllt waren und ein bisschen technik und vorne ein triebwerk hatten um sich eben einzubremsen in den mond orbit unten drunter mit ein paar boostern geflogen worden sind um die lunar injection zu machen also quasi in den mond orbit zu kommen und die raketen die rakete unten drunter war die tor able die tor rakete die mittelstrecken rakete war eine der ersten oder ja doch eigentlich eine der ersten einstufigen mittelstrecken raketen die mit sauerstoff und rp1 also einem kerosin derivat gestartet worden ist und das ganze war jetzt schon ein bisschen größer nämlich sage und schreibe fast 20 meter und mit einem durchmesser von 2,44 metern oben drauf kam die able rakete oder die able zweitstufe die aus dem vengard projekt stammte mit einem aj 10 upper stage engine und einem udmh sprit gemisch das ganze ding war ein bisschen kleiner und war eben als oberstufe dafür gedacht längere strecken zu schaffen und generell lief es mit den pioneer sonden nicht ganz so gut bei den amerikanern nachdem sie jetzt ja mit dem ersten satelliten in der umlaufbahn schon ja das große pech hatten dass der sputnik einfach eher da war und sie es nicht rechtzeitig geschafft haben war jetzt natürlich die 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 motivation groß ist als erstes in die richtung vom mond zu schaffen und das sollten die pioneer 0 1 und 2 sonden machen und die sind gestartet in den 1958er jahren also 1958 im august ist die pioneer 0 gestartet und leider nach 77 sekunden aufgrund eines problems mit der trigger rakete in die luft gegangen die pioneer 1 ist ein paar monate später gestartet im oktober auch 1958 noch und hat es leider nur auf eine gipfelhöhe geschafft die nicht gereicht hat um in den mond orbit zu kommen oder in den mond flyby und also hat so circa ein drittel der entfernung hat sie geschafft und ist dann einige stunden später also 43 stunden später wieder in die erdatmosphäre eingetreten und verglüht pioneer 2 hat das problem gehabt dass die dritte stufe nicht sauber gezündet ist und hat dann ebenfalls nur eine gipfelhöhe von 1500 kilometern erreicht und ist in der erdatmosphäre verglüht so viel zu dem was in der realität passiert ist aber von sowas lassen sich abschrecken und ich fand es halt spannend jetzt mal zu gucken ob man es nicht hinbekommen kann diese mission irgendwie zu fliegen mit dem was eben jetzt in der frühen zeit zur verfügung steht das heißt missionstechnisch habe ich mir auf die karte geschrieben ein flyby am mond zu schaffen in weniger als ich glaube 50 millionen metern also 50.000 kilometer höhe und dann noch mal einen impact zu schaffen also quasi auf dem mond einzuschlagen und was ich probiert habe dafür ist hier relativ exakt die tor able nachzubauen dafür habe ich mir auch dieses lr 79 triebwerk geholt das war quasi das haupttriebwerk der tor rakete mit der es betrieben worden ist und ja obendrauf wie gesagt das aj 10 das haben wir ja schon vorher als oberstufentriebwerk aus den early orbital rocketry bekommen und damit war jetzt eigentlich die grundlage gelegt um zu sagen okay wir könnten ja mal gucken dass wir genau dieses ding nachbauen dabei habe ich allerdings festgestellt wenn man das immer wieder gegen gerechnet hat dass ein exakter nachbau der rakete einfach in körper space program nicht fliegbar ist also selbst im real solar system stimmen die zahlen einfach nicht das heißt baue ich die tor able so nach wie sie eigentlich hätte sein sollen fehlt mir die delta fehlt mir die trust weight ratio um überhaupt noch abzuheben und die rakete selbst ist nämlich eigentlich ungeboostet gestartet also habe ich sie ein bisschen verkürzt und geguckt und gedacht so das ist jetzt ein bisschen knapp von den delta v's aber sollte theoretisch reichen um so grob in die nähe des mondes zu kommen und dafür war jetzt die rakete dann eigentlich auch vorbereitet und es hieß mal drüber nachdenken was man so an test flights fertig machen kann und davon gab es jetzt ein paar und ich fasse das mal kurz zusammen es hat irgendwie nicht funktioniert ich bin losgeflogen und habe verschiedene anflugwinkel probiert und festgestellt okay ich komme irgendwie nicht weit genug von der erde weg um es tatsächlich zum mond zu schaffen also ich habe immer nur die simulation erst mal laufen lassen um zu gucken also man braucht so circa 10 bis 15 minuten um den flugpfad zu machen für eine luna injection und das hat irgendwie nicht so hingehauen wie ich mir das insgesamt vorgestellt habe hier seht ihr jetzt verschiedene schnipsel aus meinen verschiedenen versuchen die ich so gemacht habe und habe mich währenddessen noch ein bisschen schlau gelesen wie man eigentlich fliegen muss und was der plan war aber insgesamt hat es halt leider so nicht hingehauen ich habe dann auch noch so verzweiflungsversuche gehabt wo ich als oberstufe einfach mal das bewährte aus dem satellitenkonzept mit den drei stufen baby sergeants gemacht habe war nett aber hat auch nicht zum ziel geführt denn die baby sergeants jetzt wiederum hatten dann so viel druck dahinter dass ich zwar geschafft habe von der erde weg zu kommen aber wie ihr gleich sehen werdet habe ich ein bisschen übertrieben und bin am mond dann dadurch vorbeigeschossen in der simulation und er so im tiefen weltraum gelandet statt irgendwo hinzufliegen aber da gab es ja auch eine lösung für aber die lasse ich euch jetzt erstmal genießen so 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 was für eine akustik oder also was ich gemacht habe ist einfach zu sagen so hey okay wenn die tor able so nicht funktionieren will dann baue ich mir meine eigene variante davon und ich habe einfach die seitenkörper der rakete ein bisschen geklont und nochmal in flache schmaler angebaut nicht in flache um eine geboostete tor able zu haben die mit drei triebwerken startet und dann die flüssig booster quasi abwirft das waren auch nochmal zwei lr 79 triebwerke um einfach ein bisschen mehr bumms aus der rakete rauszuholen und damit auch mehr delta wie das hat den effekt gehabt dass ich am anfang erst mal nicht steuern konnte ging dann aber und hier haben wir jetzt die booster sap die auch super sauber klappt und dann auch gleich noch das interstage fairing um die rakete schon mal fürs staging vorzubereiten und ganz hinten kann man auch schon ganz klein den mond sehen auf den ich da ziele und habe mich jetzt da mit den delta wie es versorgt dass es eigentlich klappen sollte das ist der erste scharfe flug tatsächlich nachdem ich ein paar mal in der simulation also genau genommen zweimal in der simulation probiert hatte war ich mir ziemlich sicher was ich tun muss um es hin zu bekommen und habe mir dann dadurch dass ich jetzt auch manöver planen kann eine manöver planung vorbereitet damit ich mit dem mit der zweitstufe nach dem ersten aufstieg mit einer kurzen pause vor der zündung die richtige position an visiere quasi um dort hin zu fliegen damit ich möglichst meinen treibstoff nutze in der kalkulation der manöver habe ich so gearbeitet dass ich ja gesehen habe okay ich habe 4700 irgendwas delta wie die gebe ich so auch in dem manöver an also ich mache quasi ein manöver verglichen zu dem was meine rakete mir auch hergibt an leistung um dann zu gucken wie ich mein manöver vom winkel her plane denn ich habe jetzt noch kontrolle und kann ja noch was machen und dann habe ich einmal die able jetzt also das ist die able stufe quasi die zweite stufe die mit udmh jetzt etwas effizienter mit diesem aj 10 triebwerk fliegt es ist tatsächlich auch die aj 10 37 müsste es variante sein also die variante mit der auch tatsächlich damals geflogen worden ist auf der rakete allerdings ohne großen erfolg hat halt insgesamt nicht so gut funktioniert diesmal sah das schon deutlich besser aus also ich bin richtig gut weggekommen und der plan war jetzt zu sagen okay ich gucke dann jetzt mal wie ich mit der probe weitermachen kann allerdings bin ich irgendwie zu flach rausgekommen und ich habe jetzt mal den temperature overlay angeschaltet damit ihr seht was eigentlich im dunkeln passiert ich habe jetzt mit dem steuerungsteil und ein bisschen nitrogen boostern das teil umgedreht um einfach das bremstriebwerk zu nutzen das bremstriebwerk hat nämlich deutlich mehr delta wie ihr könnt rechts sehen 894 delta wie statt den 260 den die kleinen booster haben also habe den spieß jetzt einfach umgedreht und gesagt okay dann nehme ich halt die 890 die ich habe und bereitet damit manöver oder einen anflug auf den mond orbit vor das ganze dann jetzt noch mal in drehung versetzt einfach damit ich wirklich auch stabil bin weil die probe selber sobald ich den able core der jetzt hier noch dran ist zusammen mit den nitrogen und den boostern rausklinke schlicht und ergreifend nicht mehr steuerbar ist so das ganze ding hat das teil dann einmal hochgespinnt und als ich zufrieden war mit der geschwindigkeit der drehung habe ich es weggeschmissen und dann das triebwerk aktiviert das ist noch mal beinahe schief gegangen wenn ihr sehen könnt kommt jetzt erstmal ganz schön knapp und ganz schön schnell der probe kopf vorbei gesaust ist aber zum glück nichts schlimmes passiert da wäre es vielleicht smart gewesen den die körper nicht auf so eine riesen leistung zu stellen und wie ihr seht läuft 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 und reicht nicht da habe ich jetzt quasi so eine art pioneer 1 gebaut nämlich auf der halben strecke verreckt also ist es noch mal eine rakete bauen und 70 tage später ist dann die zweite stufe auch wieder unterwegs in richtung mond diesmal habe ich einen anderen anflugwinkel probiert weil einfach auch zeit vergangen ist und dadurch bin ich diesmal auch im hellen unterwegs ansonsten wieder sehr sehr ähnliches prinzip also ich baue jetzt gerade erst mal den vorbereitungs anflug auf mit der zweiten stufe so dass ich schon mal relativ nahe in anführungsstrichen an den mund ran komme das ist natürlich noch nicht so weit wie ihr seht aber ich habe noch einiges an leistung in der rakete drin und man sieht jetzt schon dass diesmal der ganze anflug auch deutlich sauberer ist ich hatte mich zwischendurch nämlich ein bisschen schlau gemacht dass man im idealfall in einer bestimmten konstellation losfliegt deshalb waren übrigens auch all diese missionen in den 1958ern weil mit der damaligen technik und der startbasis cape canaveral schlicht und ergreifend der mond in einem bestimmten winkel also in der südlichen hemisphäre der erde sein musste damit man einen sauberen start hinlegen kann und das sieht vom winkel her auch richtig richtig gut aus und ich habe aber eine leichte ungenauigkeit drin das sieht man jetzt auch und mir fehlt ein wenig was von dem was ich vorberechnet hatte trotzdem habe ich gedacht okay da kriegen wir jetzt wieder auch man faked es halt jetzt wieder rum auf das andere triebwerk und mit den 894 die ich habe kann ich theoretisch an den mond ran kommen und zwar auch in der position die unter den 50 millionen metern liegt das heißt ich könnte ein flyby schaffen ich hätte ja dann noch die kleinen triebwerke mit der hoffnung dass ich vielleicht durch abbremsen oder irgendwie korrigieren oder so was das wäre dann so der plan gewesen in der position komme wo ich vielleicht sogar noch einen impact erzeugen könnte also sprich auf der mondoberfläche einschlagen so insgesamt ist das natürlich jetzt alles keine allzu exakte wissenschaft weil naja meine manöverplanung ist natürlich nicht so grandios wie die manöverplanung der echten nasa und das ist vielleicht noch bemerkenswert die pioneer missionen waren die ersten missionen wo dann tatsächlich auch die nasa ins spiel kam denn die nasa wurde in den 1958er jahren dann auch ins leben gerufen schrägstrich aktiv gesetzt und hat die ganzen einzelnen projekte die so bei der navy bei der army und bei der was gibt es neben navy und army noch die luftwaffe wie heißen die denn navy army und ich habe gerade vergessen wie die luftwaffe auf englisch heißt also die mit den flugzeugen halt na und das wurde dann alles in der nasa vereint und ja ging halt nicht so super erfolgreich los um es mal nett zu formulieren und gab auch einige untersuchungen nach der pioneer serie was da schief gelaufen ist schlussendlich haben es die amerikaner mit pioneer 4 dann übrigens zum mond geschafft waren dann aber zu spät weil die russen hatten es mittlerweile mit lunik 1 zwei monate glaube ich vor ihnen geschafft am mond vorbeizufliegen und in den interstellaren raum tatsächlich auch vorzudringen das heißt als die amerikaner dann soweit waren war es auch zu spät aber jetzt wieder zurück vom geschichtlichen zu meiner mission der spin wird aufgebaut und wenn die sonde schnell genug dreht kommt die able kontrolleinheit wieder weg und es wird das haupttriebwerk gezündet habe ich einen kleinen schnitt drin weil irgendwie war was verbuggt und ich konnte das triebwerk nicht zünden also nicht wundern was da passiert das ist einfach nur ein kurzer schnitt gewesen so das triebwerk ist gezündet die grafik wird leider gar nicht angezeigt aber wir sind grob unterwegs und fliegen jetzt natürlich und das hatte ich mir vorher nicht ausgedacht irgendwie entgegengesetzt des manövers was es noch viel ungenauer macht und letzten endes erstmal so aussieht als ob es nicht zum mond gereicht hätte es fehlen am ende des tages irgendwie 243 delta v aber jetzt kommt die gute nachricht wir werden trotzdem noch auf der spitze unseres kurses vom mond eingefangen das heißt ich hatte die mission eigentlich aufgegeben mit okay schade eigentlich und wunderte mich dann warum habe ich denn gerade einen neuen simulations body freigegeben bekommen und da stellt sich raus ich habe es tatsächlich in den einflussbereich des mondes geschafft leider nicht so tief wie ich mir das für die mission gewünscht hätte denn ich muss unter die 50 millionen meter drunter auf der periapsis und meine periapsis könnte jetzt oben links sehen liegt im moment bei 54 und auch das triebwerk so wie es ausgerichtet ist also diese 2300 delta wie die ich da noch habe in den kleinen raketen kann da leider nicht allzu viel daran ändern im gegenteil macht sogar noch ein bisschen höher von der periapsis und ich kann jetzt nicht mehr steuern aber ich habe auf jeden fall eine rakete mit der ich es bis zum mond schaffen kann das heißt jetzt waren das einfach noch unsauberkeiten im fliegen und ich bin auf jeden fall mit meinen pioniersonden mit zwei scharfen versuchen weitergekommen als es die amerikaner geschafft haben zugegebenermaßen habe ich auch eine etwas andere rakete gebaut und kann mir jetzt meinen kopf darüber machen was ich an der ganzen sache noch ein bisschen feiner schnitzen kann um die missionen noch zu erledigen denn leider haben wir jetzt zwar einen rekord glaube ich gebrochen also wir sind das erste mal beim mond oder im mond vorbeiflug beziehungsweise haben wir den einfluss bereich der erde verlassen das heißt aber noch lange nicht dass wir unsere zwei missionen die wir gerade haben erledigt haben und die lauten ja schließlich einmal am mond vorbeifliegen in einer höhe von weniger als 50 millionen metern und einmal auf dem mond einzuschlagen mit einer probe und dafür muss ich mir tatsächlich noch ein bisschen kopf machen so also hier jetzt einmal noch das schöne abschluss bild wie ich vor dem mond unterwegs bin und unsere probe langsam rotiert und wir können jetzt noch mal gucken was haben wir geschafft wir haben geschafft den einfluss bereich der erde zu verlassen das gibt zumindest ein bisschen forschungspunkte und ein bisschen kohle das ist schon mal nicht schlecht und jetzt können wir auch noch mal gucken was uns noch blüht denn wir haben durch die zwei staats natürlich relativ viel zeit verloren und hier noch mal kurzer blick was wir noch schaffen müssen also das fehlt uns noch fünf millionen kilometer sind sogar 5000 kilometer also da fehlt mir einiges das muss noch exakter werden und letzten endes haben wir im moment noch 144 tage zeit um das ganze hier zu lösen und in diesen 144 tagen sollte ich es auf jeden fall hinbekommen sonst kriegen wir böse strafzahlungen also der mond ist noch nicht geknackt aber wir sind auf einem guten weg und es geht weiter im real solar system in richtung mond in der nächsten folge ich sage vielen dank fürs zuschauen mein name ist robert und tschüss bis zum nächsten halbieren